Und wir nähern uns mit rasenden Schnitten dem letzten Teil dieses Kurses, Teil 5 Wahrheit, mit dem ich gleich sofort weitermachen will. So weit, in den letzten paar Teilen haben wir sehr stark drüber geredet, wie man Visualisierung lesbarer machen kann. Mit Farben, mit Worten, welche Diagrammtypen man nutzen sollte, die besonders lesbar sind. Und genau, im nächsten und letzten Teil wollen wir uns fragen, wie können wir unsere Zahlen ehrlich repräsentieren? Wie werden wir Daten und wie werden wir auch den Leserinnen gerecht? Alberto Cairo hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, das ist ein Datenvisualisierungsexperte aus Amerika, der sagt, the easier it is for its intended audience to interpret correctly, like a visualization, the better it will be. Und um Datenvisualisierung korrekt zu interpretieren, ist erstmal so eine generelle Idee, dass die gleiche Länge und Fläche das Gleiche in den Daten bedeuten sollte. Das klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber es resultiert in Visualisierungen, die nicht so aussehen. Das ist hier eine Visualisierung, die ich online gefunden habe. Und wir sehen, dieses Achtel hier, Sechstel, dieses Sechstel hier, bedeuten 30 Minuten. Es ist ein bisschen unterschaubar, warum dann so viel, also jetzt irgendwie, naja, 3,5 Sechstel, warum die ein bis zwei Wochen bedeuten sollen und die dann vier Wochen. Hier bedeuten nicht die gleichen Flächen die gleichen Daten. Das gleiche ist auch hier der Fall bei einer Keynote von Steve Jobs. Er versucht hier mit 3D, mit einem 3D-Kreisdiagramm so ein bisschen zu verheimlichen, dass 19,5 Prozent jetzt nie so viel sind. Wir sehen, hier hat mal jemand im Internet versucht, das andersrum zu machen. Also wir sehen die 19,5 Prozent Apple-Anteil hier vorne. Wenn die nach hinten wandern, wirken sie plötzlich sehr, sehr viel kleiner. Auch hier bedeuten die gleichen Längen oder Flächen nicht das Gleiche in den Daten. Die Y-Achse hier, das ist alles komplett okay. Aber warum dieser Abstand vom letzten Jahr bis letzte Woche genauso groß ist, wie von letzter Woche bis heute, ist da fragwürdig. Das Gleiche hier, wir haben hier zwischen Mai und November den gleichen Abstand wie zwischen November und Januar. Das sind alles Visualisierungen, die mit Software erstellt wurde, die eher für Designer da sind oder eher für, ja, die halt sehr, sehr flexibel sind. Du kannst damit alles ändern. In DataWapper kann das nicht passieren. Wenn du da Daten hochlädst, dann werden die korrekt angezeigt. Hier zum Beispiel die gleichen Daten wie hier. Das Gleiche ist der Fall bei Y-Achsen. Man sagt generell in der Datenvisualisierung-Szene, dass die Y-Achse bei Null anfangen sollte in Balken- und Säulendiagramm. Das heißt, sowas hier ist ziemlich grenzwertig. Man sieht, das Säulendiagramm fängt hier nicht bei Null an, sondern endet so im Schatten. Eigentlich würde dieser Chart so aussehen, wenn er wirklich bei Null anfangen würde. Das heißt, diese Grafik ist komplett korrekt, widerspricht sich aber sozusagen selber. Man sieht hier den Witz, solltest du die Y-Achse abschneiden? Und hier steht in 99 Prozent der Fälle nein, in 1 Prozent der Fälle ja. Quartz, beziehungsweise David Janowski von Quartz, hat darüber einen ganzen Artikel mal geschrieben. Er hat geschrieben, it's okay to not start your Y-Exit at SEO. Er hat allerdings von Liniendiagrammen geredet. Bei Liniendiagrammen ist es total okay, wenn man die abschneidet. Er bringt hier dieses Beispiel vom US-GDP, den man versteht über die Zeit hier mit einem Liniendiagramm, das bei Null anfängt. Aber man sieht wirklich erst die Peaks und die Täler und so weiter, wenn er nicht bei Null anfängt, sondern hier bei 14 direkt. Deshalb haben wir in DataWebber so die Regel, du kannst keine Säulendiagramme erstellen, die nicht bei Null anfangen. Also sobald du ein Säulendiagramm hier hast, sowas, da kannst du nicht sagen, du willst jetzt hier erst bei 2 anfangen. Das ist aber möglich bei Liniendiagrammen. Das heißt, sowas ist ein Chart, den man erstellen kann mit DataWebber, weil es halt manchmal notwendig ist. In diesem Fall ist es nicht notwendig. Und in solchen Fällen, ja, macht DataWebber auch by default, also als Standard-Einstellung, zeigt er auch die Null-Grundlinie an. Das heißt, wenn du die Daten so hochlädst, werden sie direkt so dargestellt und nicht so. Nächster Punkt, wie wir Daten und Leserinnen gerecht werden könnten, ist Unsicherheit zu visualisieren. Wenn du die Unsicherheit weißt von den Daten, dann sollte sie auch visualisiert werden. Das ist eine Visualisierung, naja, fast, die nicht so gut funktioniert hat. Ich habe 2016 bei der Wahl zwischen Trump und Clinton habe ich in den USA gewohnt und habe immer diesen New York Times Newsletter bekommen, der mir erzählte, dass 93 Prozent, mit 93 Prozentiger Wahrscheinlichkeit Hillary Clinton gewinnen wird. Funktionierte nicht so gut, was die New York Times dann aber wieder wettgemacht hat mit dem, ja, mit dem Wahlergebnis, mit der Wahlergebnisanschauung oder Darstellung am Wahlabend selber. Da gab es nämlich so ein Jitter in so einem, ja, in so einem Chart, der viele Leute verrückt gemacht hat, aber der auch sehr, sehr schön visualisiert hat, was wir wissen und was wir nicht wissen und dass die ganze Sache halt super, super unsicher ist um, ich weiß nicht wann das war, 10 Uhr abends. Auch in einfachen Diagrammen, wie zum Beispiel hier im Liniendiagramm, kann man Unwissenheit visualisieren und sollte das auch tun, wie gesagt, wenn die, wenn die, überhaupt bekannt ist. Hier zum Beispiel hat Bloomberg sehr schön eine Margin of Uncertainty visualisiert und genau das kann man auch in Data Wrapper machen. Wir können mit diesem Fill Area Between Lines Feature, mit diesen Flächen, wie heißt das auf Deutsch, Linien, Flächen zwischen Linien füllen Feature, das wir auch schon benutzt haben, können wir auch Konfidenzintervalle, wie sie heißen, können wir visualisieren damit. Und dann können wir zum Beispiel Charts wie diese hier gestalten, die die globale Temperatur an Land zeigt, im Juli 1753 bis 2015 und wir sehen, 1753 ist die Unsicherheit noch sehr, sehr groß, weil wir auch einfach weniger Messungen hatten im 18. Jahrhundert und dann wird sie sehr, sehr klein, die Unsicherheit. Nächster Punkt, zeige die Komplexität der Daten. Ich gucke immer sehr gerne, wie kann man einen sehr einfachen, ein einfaches Säulendekramm oder einen einfachen Balken der Kramm interessanter gestalten. Hier zum Beispiel habe ich visualisiert, wie viel Zucker, sehr süße Lebensmittel wie Honig oder Sirup oder, ja, Zucker enthalten. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass der Chart so ein bisschen langweilig ist und habe geguckt, okay, wenn ich die wirklich verschiedenen Zuckersorten wie Sucrose, Glucose und so weiter visualisiere, wird der Chart sehr, sehr viel spannender. Dann sehen wir zum Beispiel, dass Zucker, normaler Zucker, 100 Prozent Sucrose erhält, während Honig einen komplett anderen Stoff von Zucker enthält. Das Gleiche hier, Deutschland ist das drittälteste Land der Welt, habe ich hier geschrieben. Und mir war es dann aber wichtig zu zeigen, nicht nur die gesamten Werte, sondern auch, wie sich das unterscheidet für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Nicht jeder ist gleich und selbst alle Männer und alle Frauen ist schon eine sehr, sehr große Gruppe, die man da in einen Topf wirft. Aber es zeigt so ein bisschen die, ja, den Unterschied zwischen, zwischen, ja, Bevölkerungsgruppen. Insgesamt, wenn man irgendwie die Komplexität der Daten zeigen kann oder wenn man engere Daten hat, dann finde ich, sollte man sie auch zeigen oder sollte zumindest versuchen. wie es aussieht, wenn man sie zeigt. Man macht es sich leicht irgendwie die Arbeitslosenquote auf, auf zum Beispiel hier in dem Fall Bundesland-Ebene zu zeigen. Aber es ist vielleicht so ein bisschen spannender dann doch auf County-Ebene. Wobei das auch sehr auf die Daten drauf ankommt. Also es ist sehr, sehr spannend zu gucken, welche verschiedenen Muster kann man sehen auf verschiedene, mit verschiedener Datenkomplexität. hier mal eine Visualisierung, eine Karte, wo die Bevölkerung Europas wächst und wo sie nach unten geht. Also wir sehen zum Beispiel hier in Irland wächst sie sehr stark, ist orange und hier in Polen geht sie eher nach unten. Die gleichen Daten haben wir aber auch auf Bundesland-Ebene und hier sieht man dann sehr, sehr viel stärker, dass zum Beispiel im Osten von Deutschland sehr stark nach unten geht, die Bevölkerung, während sie zum Beispiel in Berlin, in Hamburg eher wächst. Das gleiche mit London, man sieht das hier, geht sehr weit nach oben. Und wir können sogar noch detaillierter runtergehen. Dann sehen wir, dass vielleicht das Ganze im ganzen Osten nicht eigentlich das Gleiche ist. Irgendwie Städte wie Leipzig, Jena, Erfurt, Dresden, dass da die Bevölkerung eigentlich doch auch nach oben geht und vor allem auch im Speckgürtel von Berlin das der Fall ist. Das gleiche sehen wir hier in Polen, beziehungsweise wir sehen es halt nicht, da ist es andersrum. Der Speckgürtel, da geht die Bevölkerung nach oben. In den Städten selbst scheint sie aber zu schrumpfen in vielen Städten. Und die Berliner Morgenpost ging noch einen Schritt nach unten, das heißt, sie hat super detaillierte Daten hat sie auftreiben können und genau, hier sehen wir nochmal das Gleiche. Der Speckgürtel ist eigentlich doch nicht so groß, wie uns das hier wahrhaben lassen will, sondern der ist eigentlich sehr klein hier um Berlin und wir haben diese Städte hier, diese kleinen Punkte haben wir noch. Wir sehen auch, dass in Paris zum Beispiel das ein sehr viel differenziertes Bild ist, dass es da nicht so klar ist wie in Deutschland. Genau, hier würde das vielleicht noch der Fall sein, aber auf dieser Ebene spätestens sehen wir, dass während eine Gemeinde wachsen kann, eine andere Gemeinde schrumpfen kann. Und der letzte Punkt, es ist einfach mit Karten zu täuschen, versuche das nicht zu tun. Karten sind wirklich eine spannende Sache, wir hatten ja schon gesagt, dass Farben schwer zu unterscheiden sind, der Punkt kam jetzt öfters auf, dass man mit Farben am besten nicht Daten visualisieren sollte. und Karten sind noch mal extra tricky, weil sie nutzen halt Farben, die so ein schwieriges visuelles Element sind, aber dann zukommt noch das Problem der Bevölkerungsdichte. Hier haben wir Amerika, wo sehr viele Leute an den Küsten leben, hier zum Beispiel San Francisco, Los Angeles, New York, DC, Boston und so weiter und sehr, sehr wenige Leute hier im Inneren. Da gibt es Counties, da wohnen vielleicht 200 Leute teilweise. So eine Visualisierung wie hier von den Wahlergebnissen sieht dann schnell so aus, als wenn Rot wirklich auf jeden Fall ganz, sehr stark gewonnen hätte, also die Republikaner beziehungsweise Trump hier, was dann aber nicht der Fall ist, da hier wirklich so wenige Leute wohnen. Eine Symbolkarte oder so eine Heatmap ist dann oft der bessere Weg. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die blauen Punkte mehr herausscheinen und dass hier im Mittleren Westen, wo niemand wohnt, dass da, ja, dass da weniger, oder dass da mehr weiße Flecken zu sehen sind. Das gleiche kann man hier mit so einer einfacheren Symbolkarte noch zeigen. Auch das ist ein besserer Weg, um die Daten zu visualisieren. Wir haben ja dieses, dieses, ja, dieses Farbtool, das ich auch schon angesprochen habe, das dabei helfen soll, die bestmögliche Farbpalette zu finden für eine Koropletenkarte und auch für eine Symbolkarte. Wir haben da einige verschiedene Optionen, die wir versuchen auch zu erklären und wir haben die, weil die notwendig sind, also weil manche Karten unnutzbar sind, ohne dass man die Interpolation ändert oder den Typ oder indem man eine andere Palette nutzt. Sowas zum Beispiel würde passieren, wenn du die Arbeitslosenquote von den USA hochlädst in Data Wapper und nichts ändern würdest. sowas ist dann aber das andere Extrem, wo dann zu radikal versucht wird, mit den Farben irgendwelche Trends sichtbar zu machen. Das kann man alles machen, diese ganzen Optionen existieren sozusagen, können dann aber auch missbraucht werden. Und wir werden das jetzt mal versuchen in Data Wapper, ja, wir werden das jetzt mal direkt da ausversuchen, was man da alles falsch machen kann mit Karten. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Zwar diese Karte hier von Wahlbezirken in Berlin und ich habe Daten hochgeladen zum, wie die Linken, also was der Anteil in diesen ganzen kleinen Wahlbezirken ist, die die Linke damals bekommen haben in den Zwei-Stimmen zur Bundestagswahl 2017 und welchen Anteil die AfD bekommen hat. Hier habe ich auch schon die Tooltips vorbereitet, ihr könnt das sehen. Hier zum Beispiel Anteil AfD 13,5 Prozent, Anteil Linke 17,8 Prozent und die Differenz habe ich auch schon ausgerechnet. Genau. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr das sehen könnt. Die Karte habe ich hochgeladen dafür. Man könnte die, also wir könnten die aber auch in Data Wapper anbieten, das wäre kein Problem. Genau. Und die Daten habe ich dann hinzugefügt in den, in der Karte, die ich als Geo-JSON hochgeladen habe, gab es auch zwei Spalten beziehungsweise zwei Geo-Codes habe ich hochgeladen. Hier die Urnen-Wahlbezirke, die dann irgendwie mit den Wahlbezirken hier gematcht sind. Das heißt, ich habe in den Daten die Wahlbezirksnummer, die auch in den Geo-JSON sich wiederfindet. Okay. Gut, dann, dann lass uns hier mal die Farben ändern. Das ist sozusagen das, was wir bekommen. Ich habe jetzt aber nach der Differenz hier ausgesucht. Das heißt, was wir eigentlich sehen wollen, ist einen Mittelwert. Wir haben hier Daten von minus 20 bis 40 und die Mitte ist gerade hier auf 5. Ja, das ist schon mal falsch. Wir wollen die Mitte, dass die Mitte 0 ist. Und dann haben wir jetzt auch eine so lineare, sequenzielle, heißt das, sequenzielle Palette. Was wir aber eigentlich brauchen, ist so eine, die auseinander geht, wo der Mittelwert am hellsten ist und dann zu beiden extremen, nach links und rechts, die Farben dunkler werden. Ich kann das hier mal probieren. Ah, okay. Sehr spannend. Genau, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, das ist schon mal ein sehr extremer Wert. Hier ist die Differenz 20 Prozentpunkte, das heißt, die AfD hat hier 36 Prozent geholt, die Linke nur 16. Hier hat die AfD nur 3 Prozent geholt und die Linke 34. Wir sehen auch, das macht hier nicht so viel Sinn, dass die Bezirke, wo die AfD so groß war, rot war und die Bezirke, wo die Linke mehr geholt hat, blau sind. So können wir hier raufklicken und auf Umkehren klicken. Ja, das Blausch haut schon mal ganz gut hin, aber wir können das hier auf jeden Fall noch pinker machen. Gehen wir hier rein, klicken direkt hier rein und können hier die Farben ändern. Ihr seht schon, es wird so ein bisschen pinker. Okay. Das sind jetzt auch nicht 100 Prozent die Farben, aber reicht uns jetzt hier erst mal aus. Okay. Und was wir jetzt sehen ist, okay, im Inneren von Berlin, im Zentrum von Berlin hat er die Linke viele Anteile geholt, dann äußerhalb er die AfD und dann gibt es viele, viele Bereiche, wo jetzt nicht so viel passiert, also wo sehr wenige Punkte zwischen den beiden Teillagen, hier in Steglitz zum Beispiel, hier unten, das Ganze ist nicht so richtig sichtbar. Wir könnten jetzt auf die Idee kommen und können hier die Interpolation ändern und guckt dann mal, was hier mit dieser Legende passiert. Wenn ich hier auf Quartals klicke, genau, ihr seht schon, das Bild wird drastischer, also der Kontrast zwischen den, zwischen AfD und Linke ist nach oben gegangen. Das Ganze wirkt jetzt so ein bisschen, als wenn Berlin wirklich Zwiegespalten ist zwischen AfD und Linke und wir sehen, die Farben sind hier eher nach innen gegangen. Genau, das heißt, ich mache hier nochmal den Unterschied zwischen Linear, guckt nochmal auf die Legende, Linear, ihr seht hier, haben wir dann mehr von diesem neutralen Grau und dann bei Quartel haben wir weniger von dem neutralen Grau. Das Ganze ist extremer. Wir können uns noch beliebig nach oben ziehen. Jetzt haben wir Quintels, jetzt haben wir Dead Sides. Genau, und ihr seht schon, das Ganze wirkt wirklich sehr extrem, aber man kann auch mehr sehen. Das ist jetzt natürlich spannend irgendwie zu sehen, was sollte man da am besten nutzen. Sollte man diese lineare Abstufung nutzen, die vielleicht so ein bisschen, ein bisschen wahrheitsgemäßer ist, oder sollten wir zeigen, dass eigentlich alles sehr, sehr extrem ist und dass direkt hier alle AfD wählen und direkt hier wählen dann alle Linke. So sieht es gerade aus. Wir können ja erstmal mit den linearen weitermachen, genau, null, und können uns einem nächsten Problem zuwenden, nämlich, dass gerade das Dunkelblau minus 20 Prozent Punkte angibt, versus während das Dunkelrot, wie hier in Friedrichshain-Kreuzberg, plus 40 Prozentpunkte anzeigt. Das heißt, ja, unsere Farben, obwohl sie gleich dunkel sind, zeigen nicht das Gleiche an. Aber was wir gelernt haben, ist, dass die gleiche Fläche, die gleiche Länge, sollte eigentlich auch das Gleiche in den Daten passieren. Deshalb können wir das hier ändern. Wir können hier hinschreiben minus 40 und hier plus 40. Okay. Oh, jetzt ist es aber natürlich noch verwaschener alles geworden. Wie gesagt, das entspricht wahrscheinlich schon der Realität, dass das so ist, also, dass mehr Leute haben ja die Linke gewählt als die AfD, als andersrum. Das heißt, die haben immer noch zehn Prozent und so weiter Linke gewählt und die wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. Aber so ist unsere Karte jetzt nicht so richtig nützlich. vielleicht, sie zeigt die Wahrheit sozusagen, aber ja, wir können nicht erkennen, ob dieser Wahlbezirk mehr oder weniger Differenz zwischen Linken und AfD hat als dieser Wahlbezirk. Wir probieren das nochmal aus mit den Quartals hier. Ah ja, das ist dann vielleicht doch zu extrem. Was wir auch machen können, ist, wir können hier den Typ abgestuft nutzen. Das haben wir uns noch gar nicht anguckt, was dann passiert. ist, dass wir nicht mehr einen Verlauf haben, sondern unsere Daten werden jetzt in einzelne Töpfe gepackt. Zum Beispiel hier sind alle Bezirke, die zwischen zehn und zwanzig Prozent Punkten Differenz mehr für AfD haben. Hier das Gleiche für die Linke. Das funktioniert schon ganz gut hier auf jeden Fall. Wir können dazu auch noch die Legende größer machen, das hatten wir uns auch schon angeguckt. Hier können wir einfach aufziehen, ja, vielleicht so wieder ein bisschen größer. Genau. Was hier aber auch passiert, ist, dass alle Daten, die zwischen minus fünf und fünf Prozentpunkten liegen, zusammengepackt werden. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen all den, obwohl die hier 3,5 und die hier 0,5 Prozentpunkte Unterschied haben. Wir können damit aber auch dann rumspielen. Das heißt, hier müssen wir auch aufpassen, was wir genau kommunizieren wollen. Wir können sagen, von minus eins bis eins. Das heißt, wirklich nur die mit 0,5 Prozent Unterschieden, 0,1 Prozent Unterschieden und so weiter, werden dann noch in diesem neutralen Grau angezeigt und alles da drüber wird dann klar in AfD oder Linke einsortiert. können das sogar noch extremer machen, nur 0,5 oder wir machen das halt genau andersrum. Wir machen es nicht extremer, sondern weniger extrem. Wir können hier zum Beispiel sagen, von minus zehn bis plus zehn und dann 20. Genau, das ist die andere Seite der Medaille sozusagen, wo alles sozusagen, wo gesagt wird, ach ey, wenn AfD und Linke so nah aneinander legen, dass nur zehn Prozentpunkte sie teilen, dann kann das eigentlich in die gleiche Box. Es kommt wirklich drauf an, was man sagen will mit seinen Karten und ich hoffe, diese kleine Demonstration macht das deutlich, dass es sehr einfach ist, mit Karten herumzutricksen, so ein bisschen zu manipulieren und auf jeden Fall so das, was man sagen will, zu pushen, mehr als das zum Beispiel mit einem Liniendiagramm möglich ist. Könnt ihr auch noch ein bisschen rumklicken, ihr könnt ja selber dann mal probieren. Runde Werte, genau, könnt ihr auch hochgehen. Ich mag ja diese kontinuierlichen Typen etwas mehr und ja, würde mich, glaube ich, für Quartals entscheiden. Von minus 40 bis 40, genau. Ich glaube, das ist die nützlichste Version dieser Karte und gleich auch noch irgendwie, ja, wahrheitsgetreuen Karte sozusagen. sagen, es geht immer um diesen Kompromiss, den man machen muss. Zurück zum Workshop. Der ist auch in den letzten Zügen, nachdem wir jetzt diese Koppletenkarte noch erstellt haben, hier nochmal die Zusammenfassung von diesem Wahrheitsteil, den wir doch gerade durchgegangen sind. Wir haben fünf Prinzipien kennengelernt. Die gleiche Länge Fläche sollte das gleiche in den Daten bedeuten. Die Y-Achse sollte bei Null anfangen, in Balken und Säulendiagramm nicht in Liniendiagramm zwangsweise. Man sollte Unsicherheit visualisieren, die Komplexität der Daten zeigen, das heißt Daten aufschlüsseln, Details zeigen und am besten nicht mit Karten versuchen zu täuschen, sondern versuchen einen guten Kompromiss zu finden zwischen dem Zeigen der wirklichen Verteilung der Daten und der Nützlichkeit und der Lesbarkeit der Karten. Das war Teil 5 von dem Kurs Daten visualisieren mit Data Wapper und das war gleichzeitig auch der letzte Teil dieses Kurses. Ich habe mich sehr gefreut, euch diesen Kurs geben zu können. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas unklar war, wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir gerne unter lisa at data wapper.de Ihr findet mich auch auf Twitter unter Lisa Krost. Oder schreibt direkt dem data wapper support. Wie gesagt, Eddie, Aya, Elana und David freuen sich auf eure Zuschriften und ihr findet uns auch auf Twitter, LinkedIn und Facebook unter data wapper. Mehr Datenvisualisierungsregeln, wenn ihr noch nicht genug habt, findet ihr auf blog.data wapper.de in der Sektion Thoughts and How To's oder Datenvisualisierung Do's and Don'ts. Vielen Dank euch und habt noch einen schönen Tag. Tag Euro T E E E E Vielen Dank.